Hey, Internet und YouTube, wir setzen fort. Bleibt doch hier, bleibt hier. Wir wollen doch nur ein wenig spielen. Warte, warte. Ich bin auch dabei. Hey, shut up. Nicht fluchen. Das brennt. Du wirst gar nichts mehr machen. Das Licht ist aus. Wir gehen nach Haus. Oh, was machst du hinter mir? Oh, da bleiben wir lieber dahin. Oh, nee. Shut up. Shut up. Warte, warte. Bada 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 Ohoch maaan Wo�i �ером wo admirativ Wäckbopopopopopopopopopop Da hast du ein Glück. Guten Flug. Wo ist denn hier das? Wo ist denn der Aufschalter? Da steckt ein Fuß drin. Oh, sieh mal an. What we got here. Was größer denn, whatever. Für ein paar Sekunden in deine Waffen. Das will ich mal ausprobieren, oder? Geh. Geh. Okay. Ja, hier ist nichts, der Idiot. Wo zur Hölle bin ich, ja? Was stehen wir hier rum? Moment, was ist hier? Oh, eine Desert Baby. Das sieht gut aus. Oh, der falsche Weg. Großartig. Keep out? Okay, sorry. Dann nicht. Ah, machen wir ein bisschen Ärger. Meinst du, wir sind am Diss? Oh. Irgendjemand möchte gleich aufgespießt werden. Ich sehe das doch kommen. Komm schon. Wir können den großen Blauen hier gewinnen. Ich will kein verdammten Blauen, Teddy. Bro, Jenny. Große Preise, große Preise. Viel Spielen für große Preise. Bitte sehr. Jenny, ich kann das jetzt nicht. Ich verspreche dir auch. Ich erzähle dir ein Geheimnis. Bitte sehr, Kleiner. Wie könntest du ein Angebot von so einem hübschen Mädchen bringen? Shut up. Gewinn hier und hol dir den großen Preis. Ich verspreche dir auch. Ich erzähle dir ein Geheimnis. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts klicken. Hallo? Ich kann... Jackie? Alles okay? Was ist los? Ähm, es funktioniert... Ich kann nichts machen. Vielleicht. Hm? Vielleicht ist das los. Worauf wartest du? Erst, ich krieg kein E. Ich kriege kein E. Hallo? Fortsetzen. Machst du mich jetzt wahnsinnig? Oh, wenn ich nichts klicken kann. Jenny! Es tut sich nichts. Oh Gott, nicht doch. Schaut jetzt. Jetzt bin ich am Arsch. Ich bin am Arsch. Es geht nichts. Jenny. Oh ne. Nicht clever. Im Kontrollpunkt neu starten. So. Erzähl mir die Geschichte nochmal. Shut up. Ja, jetzt geht's. Oh Mann. Okay. Shut up, Jenny. Oh, das war... War das nicht gut? Ich hätte gedacht, du kannst das besser. Ich soll dich denn? Sheriff jetzt auch? Oder alles? Oder? Wer hätte gedacht, dass du schießen kannst? Ja, absolut nicht. Du schaffst das. Ja, ja. Mach dich nur lustig über mich, Jenny. Du hast es geschafft. Oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben. Du bist so toll. Großer Gewinner. Großer Gewinner. Komm her und hol dir den großen Preis ab. Da hast du dein verdammten Teddybär und jetzt erzähl mir das. Du bist lesbisch. Oh, na super. Mehr Ärger. Was ist? Wer spielt? Ich finde das ziemlich real. Du wirst der letzte Kerl. Das ist mein Kerl. Warum? Ja. Der Hörscher hat ihn gepackt. Du bist verzahrend. Ich lasse dich raus. Ich tue es nicht. Ich tue es. Mach das. Mach das. I am going to kill. Ah, verdammt. Du kleiner, blöder, blödihan. Natürlich ist es der Träger. Wer ist es sonst? Au. Ich bleib mir aber ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Vielleicht ist er weg. Er besitzt die Finstern. Ich will mehr. Er kann sie nicht betreuen. Ich will mehr. 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 Zum Fressen gern. Geh. Geh nicht vergessen. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Der Nächste ist dran mit Geh. 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 Das ist eine verdammt großartige Idee. Die Finsternis kann mich mal am Popo. Gewaltig am Popo. Oh. Deine Mama. Okay. Deine Mama. Servus. Ich hab hier ein Fass für dich. zur Vernunft gekommen. Da. Wow. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Deine Position? Dummich auch. Da freuen sie sich, da freuen sie sich. Wir gehen. Wir gehen nach Haus. Upsi. Upsi. Der schändet meine Leiche, bis der bekloppt. Bop, 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 bop. Gehört sich nicht. What? Du kleiner Arsch. Deine Zeit ist abgelaufen, Jackie. Hast du ein Glück. Oh, jetzt freut er sich. Verdammt nochmal, bleibt doch ruhig stehen. Okay. Hussein ist abgelaufen. Hilfe Munition for me. Was ist das? Was? Ich verstehe dich nicht. Space fokussieren. Oh Mann, ich habe es versaut. Space fokussieren. Ah, hier. Den werfe ich. Hier hin, natürlich. Wohin sonst? Oh Mann. Excuse me. Geh mir das Ding her. Ich mache dich sowas, man fertig. Von mir. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Kopf ab. For the win. Mh, Köpfler. Gut, dann lasse ich es liegen. Hi. Shut up. Shut up, shut up, shut up, shut up. Ich habe noch jede Menge Zeit. Wo ist der andere Typ hin? Wo ist der andere Typ? Das frage ich mich auch. Da ist der Träger. Na, alter. Hat sich was. Mit. Ich bin doch schon längst unterwegs. Rauf, 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 wie ein kleiner Fosch. Ich bin ein kleiner Fosch. Was? Yeah, yeah, yeah. Was wollte ich denn letztens? Fünf. The number five. Keep out, sorry. Hier rein. Gut, geben wir das mit. Oh, ist schon wieder so einer. Ich konnte das Schild nicht nehmen. Es hilft mir nichts. Das wollen wir doch mal sehen, mein Freund. Oh, ist ja einer. Wohin ist er verschwunden? Ich hätte schwören können, dass ich etwas gesehen habe. Hier ist alles klar. Er muss doch irgendwo stecken. Er muss doch noch laden, nachladen. Wir sind hier. Richtig. Auch schon erkannt. Finde ich super von dir. Bidi, 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 bidi. Wow. Hast du im Ernst geglaubt, dass das funktioniert? Ja, absolut. Gebt ihm Deckung, mir Deckung? Lass mich mal, lass mich mal, lass mich mal, hier ist nix mehr. Warte, das nehm ich mir. Wie siehst du denn? Und nun? Du nervst noch und... Glaubt er wirklich, dass er sich für uns allen verstecken kann? Alright. Das sieht doch gut aus. Ich hab noch einiges. Noch einiges, mein Freund. Ah shit, ich hab's ihm weggenommen wieder. Oh, ich seh nix. Oh, 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 oh. Jetzt kann ich glücklich sterben. Ich habe endlich seinen Stimmstellen gesehen. Ah, ich steh uns. Es ist Hesna Kano. Ich setze. Ach, 5 wollte ich drücken. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Oh, das tut weh. Das tut... Das tut wirklich, wirklich weh. Das tut wirklich sehr, 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 sehr weh. Das... Ist das nicht gut für mich? Gib mir das. Das ist vielleicht ein Weg durchs Tor, Hecht. I don't care. Oh, what is? Hi. Oh shit, ich hab das Ding fallen lassen. Oh. Gefäß, hin oder her. Da. Ich sehe. Er wird das ganze Licht ausknipsen. Das ist der Plan, mein Freund. Fuck, 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 fuck. Halte dich vor dem Licht, Wärm. Ja, was soll ich... Sie soll sich vor mir fernverhalten. Blöber, 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 blöber. Ei, ich sehe den Wirt. Scheiße, ich bin getroffen. Möge die Finsternis mich auf. Lass mich bei dir nicht. Sauberer Bruch. Sauberer, sauberer Bruch. Ich hab ein paar gute Sachen, Mäldchen. Ich hab ein paar gute Sachen, Mäldchen. Okay. Ich kann nichts klicken. Absolut. Ich kann aber nichts klicken. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.